Yo, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Ich würde sagen, wir schauen uns den Teaser zum 2JZ von Simo Motorsport an. Das ganze BMW E36 ist ja seine Drift-Karre. Er geht ja eigentlich mit dem Ding driften, findet glaube ich keine Zeit mehr dafür, deswegen holt er den weniger bis fast gar nicht mehr raus. Keine Ahnung, damals hat er glaube ich an Drift-Events und so teilgenommen. Das ganze Video stammt noch aus Abu Dhabi. Ich glaube die Karre befindet sich ja jetzt in Deutschland. Kann es sein? Kann es sein? Ich glaube schon. Ich würde auch sagen, das macht ihm übertrieben Spaß, aber wahrscheinlich findet er keine Zeit mehr dafür. Nur 28 Likes, das Video spricht auf jeden Fall für sich. Ich muss nur sagen, gehen wir uns den Teaser. 36 ist schon geil. Die meisten Karren sind halt mittlerweile ein geiles Auto. Ich hatte ja auch mal einen. Ich hatte ja auch mal einen. Geil. Geil, ganz ehrlich. Also wie gesagt, 36 ist für mich ein geiles Auto. Macht bestimmt auch Spaß, so rumzudriften in so einer Karre und die richtig ran zu nehmen. Vor allem bei so einem Motor ist ja ganz klar. Ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, 28 Dislikes verstehe ich nicht.